Herzlich willkommen zu einem neuen Corona-Life-Hack. Heute die Sommerzeit. Dieser Hack ist leider nur für alle diejenigen unter uns tatsächlich umsetzbar, die im Homeoffice sitzen, die vielleicht das Homeschooling betreiben, alle anderen, die tatsächlich rausgehen müssen, weil sie einem Beruf nachgehen, wo Arbeitszeiten eingehalten werden müssen. Die können diesen leider nicht beherzigen, aber euch gehört dann an dieser Stelle mein Dank, weil ihr seid ja dann diejenigen, die hinter den Kassen sitzen, diejenigen, die Pflege betreiben, die ärztliche Hilfe leisten oder sonst in irgendeiner Form diese systemrelevanten Berufe ausübt. Also nochmal ein Dank an euch und an allen anderen. Unser Sommerzeit-Life-Hack heute ist relativ leicht. Wir pfeifen auf die Sommerzeit. Und ich freue mich da total darüber, dass ich nicht mitten in der Nacht gefühlt aufstehen muss, um irgendwelche Brotdosen zu machen und nicht halbschlafende Kinder in die Schule schicken kann. Nein, muss. Wir benutzen jetzt einfach ganz gechillt die nächsten drei Wochen, um uns sanft in die Sommerzeit rein zu zoomen. In diesem Sinne, pfeift doch einfach mit und bleibt guter Dinge. Tschüss!